Die meisten von euch müssen aktuell zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens in ihrer Wohnung bleiben. Autofahrten sind nur erlaubt, wenn es medizinisch notwendig ist oder der Arbeitgeber das entsprechend genehmigt hat, weil man dringende berufliche Erfordernisse hat. Und da kommt ihr natürlich auf die Idee, dass man sagt, ja Moment mal, wenn doch meine Karre 7 Stunden in der Garage stehen muss, kann ich dann nicht etwa die Kfz-Steuer entsprechend auch reduzieren und zwar rund um 30% über den Daumen gepeilt, wenn doch 30% ich das Auto gar nicht nutzen kann. Das haben wir uns in diesem kurzen Video mal näher angeschaut. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger Solmecke. Lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch Rechtsthemen interessieren. Wir haben ja wirklich die verrücktesten Rechtsthemen die ganze Corona-Zeit lang schon für euch beantwortet, aber jetzt wird es wirklich immer verrückter, was ihr uns fragt. Unter anderem habt ihr uns nämlich die Frage gestellt, ob man die Kfz-Steuer doch einfach mal um 30% roundabout kürzen kann, wenn man immer zwischen 22 und 5 Uhr seine Karre in der Garage stehen lassen muss. Bei uns in Köln ist es ja sogar so, 21 Uhr ist da Ausgangssperre, kann ich nicht mehr rausfahren. Es sei denn, es gibt dringende Bedürfnisse und da muss man rechtlich etwas unterscheiden. Es gibt erstens die Bewegungsfreiheit und zweitens die Zulassung des Autos. Und die Ausgangssperre, die beschränkt zunächst mal eure persönliche Freiheit, euch überall hinzubegeben. Also das ist das, was jetzt hier an dieser Stelle beschränkt worden ist. Und nur mittelbar greift das natürlich auch da rein, dass ihr das Auto nicht mehr fahren könnt und nicht mehr ein bisschen cruisen könnt, wenn euch danach ist und ihr um 3 Uhr morgens einfach mal wach werdet, nicht mehr einschlafen könnt und so ein bisschen rumdüst. Ob man übrigens im Kreisverkehr einfach so oft rumdüsen kann, wie man will, habe ich hier schon mal an einer anderen Stelle beantwortet. Jedenfalls wissen, dass alle Abonnenten. Es ist nur so, dass man eben diese Möglichkeit jetzt nicht mehr hat. Man kann nicht mehr mit dem Auto fahren, man kann aber auch nicht mit dem Fahrrad grundlos rumfahren. Also da greift die Ausgangsbeschränkung, das war ja sicherlich euer Hintergedanke, ja voll auch da rein, dass man eben sein Auto nicht mehr nutzen kann. Jetzt ist es allerdings so, dass die Zulassung des Autos nicht unmittelbar von dieser Beschränkung betroffen ist. Denn nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz muss jeder die Steuer zahlen, solange das Fahrzeug zum Verkehr zugelassen ist. So steht es im Kraftfahrzeugsteuergesetz, habe ich vorher auch noch nie was mit zu tun gehabt, aber für euch begeben wir uns auch in die freakigsten Gesetze rein. Und da steht drin, solange das Fahrzeug zum Verkehr zugelassen ist, muss man eben die Steuer zahlen. Und Zulassung ist nicht gleich tatsächliche private Nutzung. Es geht tatsächlich darum, dass man nur grundsätzlich mit dem Auto von A nach B fahren kann im Straßenverkehr. Das ist die Zulassung und nicht, ob ihr das persönlich könnt. Man könnte ja auch sagen, ihr habt ein Auto, habt euch das Bein gebrochen, könnt jetzt kein Auto mehr fahren, deswegen keine Kraftfahrzeugsteuer mehr zahlen. Die Zulassung, wenn sie grundsätzlich besteht, sieht man auch daran, dass es ja Ausnahmen gibt. Also wer arbeitet, kann ja auch zur Arbeit fahren nachts. Wer medizinischen Notfall hat, darf sich ja auch sein Auto nehmen und dann ins Krankenhaus fahren. Das alles ist weiterhin erlaubt. Also es ist so, dass die Bewegung des Autos, die muss ja auch nicht gesondert genehmigt werden, wenn jetzt beispielsweise medizinischer Notfall ist, ist klar. Ihr dürft euch dann bewegen und es ist jetzt nicht das Auto, was auch noch genehmigt werden muss. Das ist also selbstverständlich, dass die Zulassung sowieso besteht. Die war nie weg. So versuchen wir das herzuleiten, dass man sagt, nee, die Zulassung muss euch nicht entzogen worden. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass euch das kickst. Kurzum, die Ausgangssperre, die schränkt euch als Person an, euer Auto aber nicht. Und die Zulassungsbeschränkungen sind eben nicht auf das Auto bezogen, beziehungsweise diese Beschränkungen der Freiheiten, sich zu bewegen. Da die Zulassung des Autos der Grund für die Besteuerung ist, müsst ihr die Steuer auch dauerhaft zahlen. Ich hoffe, das ist klar geworden. Also komplett muss man es trennen, aber eure Frage war natürlich komplett berechtigt. Man kann es unfair finden, aber die Zulassung fürs Auto, die ist da und unabhängig von der Person, da geht es nur darum, dieses Auto, das darf eben rumcruisen. Es kann nur eben nicht rumcruisen, weil es gerade keinen Fahrer findet, aber eventuell hat es den Fahrer, wenn der zur Arbeit muss. Ja, das war ein kleines Quickie, ein YouTube-Quickie, aber ich habe gesagt, ey, lasst uns das auch mal machen. Falls euch das gefällt, dass ich auch mal so Sachen ganz kurz beantworte und nicht immer so ausführlich, wir sind ja manchmal ein bisschen in der Tiefe, lasst gern ein Abo da oder gebt uns einen Daumen nach oben. Das würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Und ansonsten nochmal der kleine Aufruf, haben wir letztens hier schon mal gemacht. Wenn ihr einen Job sucht als Anwalt, als freier Mitarbeiter in einer Anwaltskanzlei, als IT-Systeminformatiker, als Referendar oder rechtsam als Fahrerangestellte, dann schaut unten mal in die Caption. Da seht ihr unsere Jobangebote. Und natürlich hier wie immer noch zwei Tipps. Diese beiden Videos dürften euch auch noch schmecken. Würde mich freuen, wenn ihr da noch reinschaut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.